Ich habe mir gerade eine Review zu Desearch an, wenn ihr das was sagt. So, also ihr seid alle ready? Alle kurz ready, dann schreibe ich ihm. Ja, au. Multi. Von den Namen her. Ja. Ah, das ist jetzt bad, wenn er es ohne Scheiß. Er hat genau dann gestartet, wo ich im PS4-Menü war, jetzt hängt meine PS4. Ach, geht. Ich habe Glück gehabt. Okay, jeder Operator. Runter vom Smoke, Digi. Ich spiele immer Smoke. Du spielst immer Castle, Digi. Achso, ja, schon sowas. Das fängt schon gut an, Alter. Er ist beim Meckern. Ey, Robert von der Miere. Runter von der Miere. Ey, runter von der Miere. Fokus, Männers. Dank. Multi-Do, Vorratsdropper. Das ist der Sonnenstich von gestern. Jujo. Digi, wir hatten gestern hier 32 Grad, glaube ich, Alter. Boah, ist ja krass. Wir nicht. Sonst war es recht frisch sogar. Das ist was bei der Grand-Line. Ja, dafür musst du ja auch natürlich im Nord-EU leben, ne? Weil wir erst so die Temperaturen sind nur... Weg aus dem Gang. Das passt auf. Erste, eine Twitch-Drohne habe ich. Das ist echt wichtig. Ja, wir müssen halt gleich extrem drauf aufpassen. Ja. Ja, kommt, 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 alles gut. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Baustelle geht auf. Schießen von Baustelle, Schlafzimmer, Gang, Treppenhaus, Fenster auf. Wobei du sagst, Anwendung, die mehr Zapper aufgeht, ne? Ja, ich denke mal, Smooth, äh, mit Glass arbeiten soll. Ja, ich bin safe. Ja, sonst zieh dich zurück. Dann aimen wir das von hier ab. Ich habe hier ein Mirror-Fenster auf Baustelle. Soll ich mit drauf aimen, oder habt ihr die Tür dann? Ich schieb mal, da ist gleich Smoke übernimmt. Ah, noch stehen wir gut. Bleib erstmal hier okay, wenn das okay ist. Die Bahn fängt zu arbeiten. Wenn die Dropper hier aufgehen, müsst ihr verschieben, Männers. Der Smoke muss gleich zu Fusi gehen. Ja, mein Dropper geht auf. B Dropper geht auf. Haupttür bei mir. Ich habe die zweite Twitch-Drohne. Gedroppt bei mir. Die Hedge hier ist gedroppt. Hm. Ich will bei mir die Castle-Tier aufmachen. Also nicht bei der Maschine und Geisel. Sondern auf jeden Fall noch Baustelle. Ich habe den da vielleicht. Bei mir am Dropper wahrscheinlich auch. Gedenke. Ich habe... Du hast noch drei Smogs, ne? Ich habe noch drei Smogs. Okay. Ich habe einen Dropper anzusmogen bei Robert. Ge-Drop. Bei mir ging auch. Haupttür. Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir zuerst mit... Ja, ja. Wollen wir zuerst mit Blackbeard Geiselraum arbeiten? Oder wollen wir zuerst Glass Baustelle arbeiten? Ich nehme einen von beiden. Blackbeard Geiselraum. Ja, Robert, sonst sind du Blackbeard, dann nimm ich Glass. Ich mache hier eine Ladung unten auf, der Türmacht macht dann bitte Vorratsraum auf. Dann brauchen wir nicht Glass, ne? Kein Glass. Nimm halt. Achso, noch kein Glass? Okay. Ne, ne, wir sind... Ne, wir nehmen ja Blackbeard Habibi. Und dann noch irgendwie Ash, Sledge oder Backe? Ja, ja, mach ich. Mach ich, mach ich. Alles klar. Aber ganz wichtig ist Drohnen-Safen. Das spart nicht Zeit. Ich bin Garage. Äh. Ich kann da ein, wo noch... Wo noch gebraucht wird. Ich bin weitest... Ja, Bar. Strip echt drin. Okay, Smoke und... Einer Bargeld, bitte. Einer Bargeld, bitte. Einer Bargeld. Ich hab Schlafzimmer. Und Strip. Ja. Aha. Keine mehr. Guck mal, Robert, ob du noch... Ich glaub, Bargeld musst du noch schaffen. Ja. Und bitte, Jungs, nicht ping, ne? Das brauchen wir nicht. Die Suche dann nur mehr. Ja, klar. Schön. Ah, Bargeld hab ich. Wieder runter anscheinend. Fällt gut. Noch mal ne Sekunde in die Camps machen. Und gleich los geht's. Das Schlafzimmer ist frei. Bargeld ist nix. So, Clubhouse ist nix. Okay. Dann können wir zügig arbeiten erstmal. Das ist überhaupt nicht hoch gerannt, oder? Ich brauch ein Thatcher. Wichtig. Ein Thatcher-Baustelle. Ja. Kannst du davon vom Drohnenloch machen? Nicht so ein Thatcher verschwenden. Nein. Nein. Da ist ein Schild. Ich hab geworfen. Ich hab geworfen. Weiß ich noch nicht. Ja. Ich hebe mir einen. Ich schieß mal auf. Multi. Oder? Willst du? Ja. Holz wird zum Gedenke. Bardropper abaim. Danny, Bardropper abaim. Ja. Kann ich machen. Kann ich machen. Bei Danny brauchen wir vielleicht einen Thatcher hier. Guck mal. Multi verschwende nicht. Ist was dran? Ja. Werf mal Sicherheit halber ein. Ja. Ich hab eine Drohne hier. So. Glück gehabt. Tja. Äh. Ein Thatcher mehr? Nee. Ich schick einmal eine Drohne. Ge-Equot, ge-Equot, ge-Equot. Ich bin da. Ich bin da. Banane hier ist der Schärfer für dich. Er liegt hinter dir. Ja, hab ich gesehen. Schönes Ding, Robert. Ich schick nochmal eine Drohne rein. Auf welchen Spot wollt ihr gehen? Na, auf, äh. Geisel, ge-Equot. Ich bin nochmal ge-Equot. Ja, Echo sitzt da bei deinem Spot, Robert. Ja, aber ich kann, ich kann, ich seh nix. Apeilen. Okay. Wir gehen ja noch. Wo wollen wir planten? Wo wollen wir planten? Geisel. Oder. Oder. Ja. Wie, oder. Einer sagt jetzt. Ich dropp. Geisel. Wer sitzt hinter der Bar, der Echo. Echo unter der Bar. Der hat mich. Er hat mich, aber из Low. Muss low sein. Was? Эy, kriegsken nicht abgehängen, Mann. Schööööööööööön, Jungs. 3 gegen 1. Noch 20 Sekunden. Echo ist tot. Ach, der Gerücke. Bei Deluxe kann geplantet werden, bei Deluxe kann geplant werden. schön schön das war die echo drohne alles gut jungs war kein fehler großer fehler dabei ja wir waren halt geächtet da drinnen und ich glaube ich das war echt hart jetzt kommt ja war stimmt die färze brauchen wir auch hier nämlich beendet ich gehe jetzt wird slogan ein strip club nix jetzt komme ich rüber ja ja multi du machst das wieder so ein avs vorrat das brauche ich dann nicht denn die käse garagenlager ein oder dann mache ich double mir ich gebe es gemacht stimmt das augenmaß mal wieder denn die wenn ich gehirn kommt so mutig vorrat seitens über vorrat schon aufgeschossen ein mirror fenster mache ich mir auf das rechte von da ich glaube das nächste mal ist besser wenn ich das linke aufmache ja ist besser noch ein schluck ruhig ich höre ich hier aber audio wir stehen gut wir stehen gut eine minute rum oder jetzt bei mir kommt auch noch schild aber du hast das hier erst mal luke luke ich habe luke erstmal ich habe erstmal luke banane mein mirror fenster geht auf kann hier ja damit hinter montagne ich ziehe mich zurück wir ziehen und zurückkommen er hat genug zeit geschehen kommt zurück ja nicht drauf gehen jetzt lasse ein von danny übernimmt die luke ist auf ja luke ist auf einer robert helfen ich bleib hier hinten mit smoke wegen montagne geht auf geht auf denkt dran luke luke ist doch gekallt ja ich wusste nicht dass ich mich da sehen kann sorry also alles gut wie soll man das land wenn dann tiga erschreckt mich seit wann bist du hier die ganze zeit halte ich sehe den waffenlaufen wo ich habe noch die cam auch die haben nur 15 der montagne männer sich hier umlaufen durch garage ja ich gehe vom job ab und zu spät und bleibt noch im leben man macht gescheit ich weine mich bado aber wäre auch auf gewesen ja ich habe mich um ich habe auf mich gewartet dann steht immer noch da kann ich machen alter kannst du nichts machen wir tun uns bei dem strot immer so schwierig das ist aber auch echt schwierig da oben mit dem joker ich hätte lieber smoke nicht danny ihr hättet nicht danny schicken sollen sondern mir smoke schicken sollen dann hätten wir das ring halten können das problem ist das ist 50 50 entweder die lenken uns damit ein thürmer ist war nämlich man kann hier bei baustelle und planten den dings weist 60 aber das kann ja einer kohlen das ist ja jetzt nicht so dass ihr mit drei mann dahinten immer noch stehen müssen wenn ich sage ich kann es gerade ich kann auch meine weglassen verteidigen war mehr auf strip club ein alles gut für eine sache entscheidende also meinte meine zwei wände sind nicht notwendig also ich kann sie ziehen muss hier aber er ziehen dann wird es für klub dann ich habe gerade diese zwischen verbindung mehr zwischen war genau weil ich da ist doppel mirror mache aber das kann ja auch weglassen ich habe oben schlafzimmer machen wir einfach mal auf großes loch markiert ich mache ich bin bargeld ich bin strip club jäger und wieder nach unten kassel ist der wache hoch gerannt ist aber noch nicht zurück rennt ihr zurück der wache gedroppt ich habe meine käme noch laufende führer mit verhindert oben fitnessraum nicht verstärkt wo die stelle holt den euch ich sag ich habe noch nicht er ist noch oben ich habe treppenhaus aufgeschossen denn die kommen ein bisschen näher dann sein baustelle ist was da kommt holen kannst du ihn weg holen ja komfort ist richtung hauptschapzimmer gerannt ist das bernit oder ein jäger eine treppe hoch wo ist er denn jetzt fitnessraum nicht nicht fitnessraum linke seite richtung hauptschapzimmer gerannt ich habe ihn wenn er runter will badezimmer ist er nicht komm hoch hier ist er eben zu dir eben zu dir ist sind in der ecke durch end enden ja ich mache zu zweit mann als zu zweit ist noch jemand da von woanders auch kommen lassen ihn lasst ihn wir müssen auch machen wenn das noch 1 30 hier bitte baustelle aufmachen ist nicht verstärkt ich schicke eine drohne geisel nur jäger ist auf wir könnten es versuchen mit droppen und platten und nutzen und dann die ein weiter ab wenn ich probiert mal alle küche diesmal zu droppen bei aber halt nur eine eine war war nur einer gerade smoke smoke eben hinter dieser scheiße da abgepinkt aber sonst ist keiner in der küche minas ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme wobei ganz hinten ist er ganz hinten rechts hinter die ja da ja da links er kann ein hp smoke 1 hp denkt noch an den bandit der oben war ja ich habe noch ich habe noch er kommt noch nicht an mir vorbei er hat mich zwei gegen zwei ist irgendwie dropper noch hat die clay gemacht treppe ja oben muss küche sein hinten hinter hinterm regal ich habe den millisekunde gesehen und war schon weg aber man hat trotzdem die baustelle war nicht verstärkt die muss aufgemacht werden ja eigentlich ziemlich sollte das motion die früher gefeilung hatte zunächst wie früher agieren können für das nächste mal mannens also wie ich den puls war geholt habe das auch ein bisschen landet dann lang ich musste wir müssen das zu zweit in dem bandit den hohen schlafzimmerin brauchen wir die drohen gar nicht helfen ja ja deswegen hat er endet ich brauche beendet für bar wir gehen noch wieder runter wir gehen so um die ich brauche mir bitte nächstes mal kamera spielen gerne noch gar keinen lob von major bekommen mal wie ich eben den kästen und den holster gesnackt habe das war aus dem aber das war wieder nicht ich weiß nicht ob ich die erste plütsch-drohne habe dann klappen kommen wir bei dir an zu legen vielleicht ist das knapp diesmal ich komme relativ spät robert der schild egal wer das loch hier gemacht hat das ist besser als letztes ja habe ich ein bisschen weiter ging es gemacht er danke weiter kann ich mit den gedenken komplett rein geht auch wieder bei mir mit montagne kommt schon mal gepusht wird ziemlich wieder ich glaube die wollen das ding nehmen garage ich höre es nicht ja montagne ist schon da wollte ich mir nicht alles zu laufen gehen über garage ich bin nicht man sieht mich aber der montagne kann das coin hat eine trittschule werf meine smoke in werf meine smoke in banane denn gehe ich laufen garage ist nichts auch keine clay die 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 und audio gang twitch baustelle meine hedge auf gedenke hauptierk ist auf im kellergang gesmoked montagne pushen ist gedroppt hinten durch montagne habe ich einer an der kellergang einer war gedroppt aber ich weiß nicht wo er auf jeden fall den gang ab was ist kellergang türe ich höre meine baustelle macht wir stehen gut die haben noch 20 bei mir ist gut bei mir angelegt robert du musst du nennen ja 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 ich sehe das sind gedroppt damit habe ich ja fuck fuse und twitch ist noch baustelle twitch ist injured einen habe ich mach die twitch alle tot claim aufpassen schön schön wer snackt mir die verletzte twitch das war der luxe digger multi behausten du rauchte mann so klar dass ich den fuse abkriege ich hab den montanisch hinweg gesmoked der hat sich in seinen eigenen smoke gestellt und ist gegen die wand gerannt jetzt dann bitte über baustelle das heißt einer bitte sprengladungen mitnehmen falls sie wieder nicht verstärkt ich bin bei dir robert ich bin bei dir macht gleich baustelle auf ja ebenfalls nicht verstärkt deswegen erst halt unnütz gucken wir diesmal bitte drohen safen den läufer den ich wieder ping wenn ich dazu komme ja das wird er anders aus zweiter richtung genau der rikel muss mindestens drin sein ich nehme mir der barcamp ich habe garage schlafzimmer robert ich wollte bargeld eigentlich ja oder bargeld jo 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 schlafzimmer schlafzimmer mhm schlafzimmer 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 witz und witz valky valkyrie bar zieht jetzt erst dropper das ist egal wichtig ist was sie gleich macht noch was läuft rum schlafzimmer 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 Den könnt ihr von draußen wall bangen, Jungs, den könnt ihr von draußen wall bangen. Das hintere Garagentor ist das. Von draußen könnt ihr den wall bangen. Zwei Seiten, ja. Okay, ich geh. Warte. Das dauert viel zu lang, der bewegt sich gerade. Das rechte Garagentor, ich geb dir einen Ping. Sitzt. Jetzt. Er sitzt hier. Schön. Genau. Was war der andere? Jäger? Jäger ist gedroppt, Garage. Könnt die Claimers stellen. Okay, los geht's, man hat das Arbeiten. Hä? What? Ich hab den kleinen Luke aufgemacht. Ich geh nicht, äh, Baustelle. Da hat mich der Smoke irgendwann so richtig angefickt. Ohne, dass ich ihn sehen kann. Ich droh nicht mal unten, schnell aus. Garagengang Jäger. Äh, Smoke, Baustelle einer. Bakery, Arsenalraum. Und... Haben wir noch Täter? Ich bin hier gejammt. Ich bin hier gejammt, wir brauchen Täter. Komm, wir locken mal runter. Haben wir Nates? Nee, ne? Ich hab schon meine beide Fischbarer. Einmal da hinwerfen und einmal an die Wand unten. Genau. Hier unten an die Wand, genau. Ich versuche anzulegen, oder? Schaffe ich's? Das kannst du, ja, kannst du schaffen. Ich weiß schon nicht, da ist alles offen. Am Mute ist... Ich weiß nicht, ob er alleine ist. Ich weiß nicht, wurde gepinkt. Wenn egal, ich geb die Deckung. Jäger ist drin. Wake me, du isch. Mutti, wake me, hier links. Ich dachte, ihr habt das da. Ja, Gedenke, umläuft. Mute. Schön. War zwar ein bisschen chaotisch, aber der hat dann doch funktioniert. WTF? Zum Schluss war er richtig chaotisch, meine Angst. Aber es ist meistens so da unten, Alter. Ja, Robert, ich hab dich nicht mehr sehen können, weil zugesmogt war. Ja, alles gut. Sehen konnte ich dich nicht. Ich hab das ja geregelt. Ich hab noch versucht, dein Rücken. Jungs, der Sieg ist drinne. 5-1 wieder. So, streamen geht erstmal wieder aus. Bis zum nächsten Spiel. Tü-tü-lü.